Ja, bitte, warte, 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 warte und Freunde und heute kommt dein zweites Video, ja? Und heute habe ich einen Zaubertrick bereit. Und heute mache ich es bei einer, die mich filmt. Und es geht auch schon los. Wähl dir eine Zahl aus. Hast du sie? Ja. Gut. Gut, 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 gut. Kommt sie hier vor? Ich muss schauen. Nein. Nicht. Kommt sie hier vor? Nein. Also Leute, kein Fake, klar? Das ist ein Zaubertrick. Kommt sie hier vor? Warte, ich muss mich orientieren. Nope. Kommt sie hier vor? Warte, warte, warte. Äh. Ich muss gerade suchen. Nein. Kommt sie hier vor? Hm, 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 hm. Ja. Gut, dann ist deine Zahl 20. 20. Äh, wo warst du das? Das kann ich dir nicht sagen, weil Zauberer nie ihre Tricks verraten. Hä? Irgendwie habe ich jetzt Angst. Jedes Mal, wenn ich zu dir komme, dann liest du meine Gedanken und weißt, was ich denke. Ja, dieser Zaubertrick ist auf jeden Fall sehr cool. Ja. Und zwar, ja. Es ist ganz einfach, aber ich verrate den Trick nicht. Ja. Musst ja auch so sein. Ein echter Zauberer wie König Ryan würde es nie verraten. Nicht mal Bob würde es verraten, oder, Bob? Der Trick ist... Ich weiß den Trick. How do I believe I can fly? How do I believe I can touch this guy? Ja, und, ähm, das ist wieder mein kaputtes Handy, aber kein Porn, das ist nämlich für die iPhone. Warte, ist es kaputt? Immer noch? Okay, vom Wald hat es nicht so ausgesehen. Ja, egal. Was zur Hölle magst du? Okay. Ähm, ich habe eine Idee. Wollen wir in diesem Video etwas machen? Etwas Spezielles? Und zwar, stell mal dein Handy vor. Sag, was du für Programme hast, warum du sie besitzt. Das interessiert jeden von deinen wenigen Fans nicht besser. Boah, als Kamerafrau oder Mann oder keine Ahnung was. Ah, Kong Crafted ist was gemacht. Ich habe einen eisgolp mit dem Mikrowell gepackt und den anstellt und dann denkt, dass sie Popcorn bekommt. Ich bin Baby's Beautiful. Ich habe mir Popcorn gemalt. Aber es ging nicht. Was? So sad. Ja, jetzt habe ich ihn gekocht. Ist sie dumm? Also ich glaube, mein Mais war einfach zu nass. Egal. Wahrscheinlich. Dein Mais war einfach zu nass. Tschüss.